Er redet mit Hunden. Er spricht Hundisch. Was denkt er denn gerade? Ich hab Riesenhunger. Total cool. Das ist Bailey, der reichste Hund der Welt. Gratis Tacos für jedermann. Diese Straßenköter sind mit Abfall groß geworden. Ach bitte, was weißt du schon von Hundefuttern? Entschuldigen Sie bitte. Seine Freunde lieben ihn. Willst du Ted und Bailey nicht heute zum Abendessen einladen? Gute Idee, Ted. Aber die Bösen... Das sind vielleicht Dumpfbacken. ...lieben nur sein Geld. Wir könnten ihn entführen. Und sie sind so lange hinter ihm her... Irgendwas liegt dort in der Nacht in der Luft. Bis sie es bekommen. Halt die Schlinge bereit. Bailey ist entführt worden. Jemand hat ihn gestohlen? Oh Mann, ich müsste dringend mal aufs Hundeklo. Nun sind Welpen in Gefahr. Das gehört uns und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Welpenfabrik. Und Bailey und seine Freunde... Jetzt wird ermittelt. Es ist schon spät. Verbrechen passieren immer spät. Hallo Süße. ...müssen zu Hilfe eilen. Bis später dann, Wuschelköpfchen. Dean Cain, Laurie Holden, Jennifer Tilly und Tim Carey. Du musst reden. Du könntest die Welt verändern. Ja, eine Welt ganz ohne Katzen. Reicher Hund mit Herz. Willst du ne Runde mit mir an meinem Rolls? O impfen, glaube ich. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020